Christian Kindler, Verbündnis 90 Die Grünen. Herr Kauder, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nur um das von Beginn an unmissverständlich klarzustellen. Gewalt ist keine Mitte der politischen Auseinandersetzung. Das ist für meine Fraktion glasklar. Ich wurde in den letzten Jahren zweimal auch selbst körperlich angegriffen, weil ich mich gegen Nationalismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus engagiere. Die Angriffe fanden am helllichten Tag auf offener Straße statt. Im Nachhinein gab es dann noch rechtsextreme Beschimpfungen und Morddrohungen, Gewaltfantasien auf Facebook. Und so geht es vielen Opfern rechter Gewalt. Und das wünsche ich wirklich niemandem. Und Gewalt in diesem Land ist inakzeptabel, egal gegen wen, und ist zu verurteilen. Und das gilt für alle Gewalt gegen alle Menschen, egal ob Abgeordnete, das gilt für Gewalt gegen Geflüchtete, für Gewalt gegen Obdachlose, das gilt für Gewalt gegen Sinti und Roma, für Gewalt gegen Schwule und Lesben, gegen Inter- und Transsexuelle, gegen Bisexuelle. Es gilt für Gewalt für alle Menschen, die in diesem Land leben. Denn das stellt doch auch das Grundgesetz dar. Die Würde des Menschen ist unabtassbar. Und das ist zentrale Lehre aus dem deutschen Nationalsozialismus. Applaus Und Karen Lai hat es schon angesprochen, die neuesten Zahlen des BKA zeigen, dieses Jahr wurden über 1.000 Geflüchtete attackiert und angegriffen. 1.000 Menschen, so wie Sie und ich. Und das sind drei Angriffe pro Tag. Und angesichts dessen frage ich mich ernsthaft, wo hat denn die AfD dieses krasse Ausmaß an rechter Gewalt, an rechten Terror thematisiert? Wo Sie in den Landtagen zum Beispiel sitzen? Wo haben Sie aktuelle Stunden in den Landtagen gemacht? Wo haben Sie Anträge dazu gemacht? Wo waren da Ihre Punkte? Dazu hört man von der AfD herzlich wenig. Und wenn es was ist, relativieren Sie es, Sie verharmlosen ist, machen es verästlich oder Sie gießen Öl ins Feuer. Und das finde ich wirklich inakzeptabel, so wie Sie das machen. Applaus Und das hat ja einen zentralen Grund. Das hat einen zentralen Grund. Es geht der AfD gar nicht um die generelle Ablehnung von Gewalt. Es geht nicht auch um, alle Menschen, die in diesem Land leben. Denn die haben ja ein ambivalentes und taktisches Verhältnis zur politischen Gewalt. Sie wollen sich hier, darum geht es Ihnen, Sie wollen sich hier heute als Opfer inszenieren, aber das werden wir Ihnen hier nicht durchgehen lassen. Konkret, ich mache es konkret. Führende AfD-Funktionäre und Kandidaten Ihrer Partei für den Bundestag haben Verbindungen zu den rechtsextremen identitären Bewegungen und zur Nazi-Kameradschaftsszene. Der Abgeordnete von Ihnen im Bundestag, Stefan Brandner, wurde schon angesprochen, der Waffen auf Twitter postet und seine Gewaltfantasien auslässt und ihr politisch anders denkende Drohungen ausspricht. Der ehemalige, der AfD-Funktionär Reinhard R. hat mindestens sechsmal das Wahlkreisbüro der thüringischen Abgeordneten Katharina König-Praus angegriffen. Und Frau Petry und Frau von Storch haben einen Schießbefehl gegen Menschen an der deutschen Grenze gefordert. Das zeigt doch ganz klar, Sie stecken voll im Sumpf der Gewalt, voll im Sumpf der Gewalt steckt die AfD. Und ich will auch noch mal was klar machen. Was Sie hier für ein Zerrbild, ich war selber auch vor Ort in Hannover und habe die als parlamentarische beobachtete Proteste auch begleitet. Und was Sie für ein Zerrbild hier zeichnen und falsche Behauptungen über die Proteste zeichnen, das geht wirklich gar nicht. Das waren bunte, kreative und in den allermeisten Fällen waren das auch friedliche Proteste in Hannover. Und deswegen, ich sage danke an die vielen tausend Menschen, die über eisigen Temperaturen frühmorgens und vormittags auf die Straße gegangen sind, die sich friedlich der AfD und ihrer rassistischen Hetze in den Weg gestellt haben. Vielen, vielen Dank. Und es gab auch am Polizeieinsatz, ich habe viele besonnene Polizisten auch erlebt als parlamentarische Beobachter, es gab auch Kritik am, ja zum Wasserwerfer komme ich noch gleich, Es gab auch Kritik am Einsatz des Wasserwerfers, von meiner Sicht völlig zu Recht bei eisigen Temperaturen gegen eine friedliche Sitzblockade im Wasserwerfer einzusetzen, finde ich nicht akzeptabel. Aber die AfD, die AfD hat ein scherpiger Facebook gestellt und ihre Anhänger gefragt, ob dieser Wasserwerfereinsatz gegen diese friedliche Sitzblockade akzeptabel war. Und die Antworten der AfD-Anhänger kommen schnell. Da kommentiert einer, ja noch zu wenig, ich hätte MG eingesetzt. Oder ich bin für den Schießbefehl. Auch Salzsäure und Napalm-Bomben werden gefordert. Das alles lassen Sie auf Ihrer Facebook-Seite stehen, unwidersprochen, unkommentiert. Und das ist Ihr Werk, das ist Ihre Stimmung, die Sie verbreiten, eine Stimmung der rassistischen Hetze, der Gewalt, des Hasses. Und das machen Sie ganz, ganz bewusst. Aber wir machen Ihnen klar, das werden wir hier nicht durchgehen lassen. Das werden wir im Bundestag nicht durchgehen lassen, in der Gesellschaft, nicht auf der Straße, egal wo Sie sind. Wir werden laut dem widersprechen. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Marian Wendt von der CDU-CSU-Fraktion.